John Suertes CBE ist ein ehemaliger britischer Rennfahrer. Er ist bis heute der einzige Fahrer der Geschichte, dem es gelang, sowohl in der Motorrad-Weltmeisterschaft als auch in der Formel-1-Weltmeister zu werden. Er war auch Besitzer eines eigenen Formel-1-Rennstalls. Sein Sohn Henry Suertes war ebenfalls Rennfahrer. Leben John Suertes Vater war Motorradhändler im Süden Londons. Sein erstes Rennen bestritt er im Alter von 14 Jahren im Beiwagen eines Vincent-Gespanns zusammen mit seinem Vater. Die beiden gewannen zwar, als die Renndirektoren aber John Suertes Alter herausfanden, wurden sie disqualifiziert, da der Brite nach dem Reglement noch zu jung war. Mit 15 Jahren bestritt Suertes sein erstes Grasbahnrennen. 1950 im Alter von 16 Jahren begann der Brite eine Ausbildung bei Vincent. In dieser Zeit kaufte er auch sein erstes Auto, einen Jowett Jupiter. Im Motorradsport sorgte John Suertes 1951 dk-sekunden erste Mal für Aufsehen, als er sich 17-jährig mit dem damaligen Nordenwerksfahrer Geoff Duke, der in diesem Jahr Weltmeister in den Klassen bis 350 und bis 500 Kubikzentimeter der Motorrad-WM wurde, bei einem Autocycle-Unionrennen in Thuxton einen harten Kampf um den Sieg lieferte. Sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft gab Suertes 1952 beim Ulster Grand Prix in Nordirland. Er startete in der 500 cm Kubik-Klasse auf einer Norden und erreichte Rang 6. Erst drei Jahre später fuhr er erneut in der Motorrad-WM. Bei der Tourist-Trophy gelang ihm Rang 4 im Rennen der 350 cm Kubik-Klasse wieder auf einer Norden. Wenige Wochen später feierte Suertes auf einer 250er NSU beim Ulster Grand Prix seinen ersten Sieg in der WM. Im 350er Rennen belegte er erneut Platz drei. Zur Saison 1956 wechselte John Suertes von Norden, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten, zum italienischen Hersteller MV Agusta, wo er an der Seite von Umberto Masetti-Werksfahrer in den Klassen bis 350 und bis 500 Kubikzentimeter wurde. Diesem folgten zwei weitere in den Niederlanden und Belgien. An den drei Verbleibenden halbblätter Läufen der Saison nahm Suertes nicht teil. Dennoch sicherte er sich mit 24 Zählern souverän vor dem deutschen BMW-Piloten Walter Säler den WM-Titel in der Königsklasse. Der Titelgewinn wurde allerdings von der Tatsache begünstigt, dass der 500 cm Kubik-Weltmeister der drei vorangegangenen Jahre, Geoff Duke, von der FIM bis zum 30. Juni 1956 gesperrt worden war, nachdem er einen Fahrerstreik für eine Erhöhung der Startgelder unterstützt hatte. Bei den 350ern wurde Suertes mit Rang 2 in Holland und dem Sieg in Belgien WM vierter. 1957 konnte John Suertes seinen 500 cm Kubik-Titel nicht verteidigen, die MV Agusta waren der italienischen Konkurrenz von Gilera unterlegen. So belegte er mit Rang 2 bei der TT und dem Sieg in Aßen hinter den Gilera-Werkspiloten Libero Liberati und Bob McIntyre den dritten WM-Rang. Nachdem sich Gilera und Moto Guzzi am Ende der Saison 1957 aus der WM zurückgezogen hatten, waren die MV Agusta beinahe ohne Konkurrenz und dominierten die Motorrad-WM nach Belieben. 1958 sicherte sich John Suertes die Titel in der 350er- und der 500er-Klasse jeweils mit sechs Siegen bei sieben ausgetragenen Rennen. Im gleichen Jahr wurde er zu Großbritanniens Sportler des Jahres gewählt. Auch 1960 gewann Suertes beide Weltmeisterschaften. In der 350er-Klasse war er dabei am Saisonende punktgleich mit seinem rutzischen Teamkollegen Gary Hawking und gewann den Titel nur aufgrund der höheren Anzahl an eingefahrenen dritten Plätzen. Mit seinem Sieg im Halbliter-Rennen der Tourist-Trophy in diesem Jahr wurde Suertes der erste Fahrer in der Geschichte des seit 1907 ausgetragenen Rennens, der die Senior TT dreimal in Folge gewinnen konnte. Am Ende der Saison 1960 beendete John Suertes im Alter von 26 Jahren seine überaus erfolgreiche Motorrad-WM-Karriere. Er trat in 48 Grenzprie an, feierte dabei 38 Siegel, insgesamt 45 Podestplätze und sieben WM-Titel. Anfang der 1980er Jahre erwart er eine BMW 500 Rupier, die er bei Oldtimer-Rennen wie dem Goodwood Festival of Speed in Donington Park und in Montelheri einsetzte. 2003 erwarb die BMW Group Mobile Tradition das Rennmotorrad, das durch seinen originalen Vorkriegszustand einzigartig ist. Beim Goodwood Festival of Speed 2011 vor Suertes diese BMW wieder vor Publikum. Automobil-Rennsport im Jahr 1960 feierte John Suertes beim großen Preis von Maneco sein Formel-1-Debüt für Lotus. Nach mehreren Starts für Cooper Maserati 1961 und einer mit dem vierten WM-Platz abgeschlossenen erfolgreichen Saison 1962 mit dem Lola-Klimax, wechselte Suertes 1963 zu Ferrari und gewann 1964 die Fahrer-Weltmeisterschaft und den Konstrukteurstitel für das italienische Team. Suertes verließ Ferrari während der Saison 1966 wegen des seiner Meinung nach zu großen Drucks und persönlicher Differenzen mit Ferrari-Rennleiter Dragoni. Somit war der Weg zum Gewinn der Fahrer-Weltmeisterschaft für Jagd-Brabham frei. Suertes startete bei den folgenden Rennen für Cooper Maserati und wechselte anschließend zunächst für zwei Saisos zu Honda und später zu BRM. Bevor er Anfang der 1970er Jahre das Team Suertes Racing Organisation gründete, das von 1970 bis 1978 an der Formel-1-Weltmeisterschaft teilnahm. Insgesamt gewann Suertes in seiner Karriere sechs Grand Prix in der Formel-1. Deutschland 1963 und 1964, Italien 1964 und 1967, Belgien 1966 und Mexiko 1966. Zudem war er bei Sportwagenrennen sowohl in der Sportwagen-Weltmeisterschaft als Ferrari-Werksfahrer als auch in der amerikanischen Can-Am-Serie. Erfolgreich, die er 1966 in ihrem ersten Austragungsjahr auf Lola T-70 gewinnen konnte. Zudem war er als Testfahrer an der Entwicklung des Fahrzeugs beteiligt. 1963 und 1965 gewann er zusammen mit Willi Mayer Esse bzw. Ludovico Scafiotti das 1.000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring. 1996 wurde er in die International Motorsport-Salle of Fame aufgenommen. Trotz seiner Erfolge gehörte Suertes zu den eher beischeidenden und hatte kein Talent zum Showman. Am 19. Juli 2009 verunglückte sein Sohn Henry bei einem Formel-2-Rennen in Brunsetsch tödlich. Seit dem Tod von Jakb Rappam am 19. Mai 2014 ist Suertes der älteste noch lebende Formel-1-Weltmeister. Statistik In der Motorrad-WM 350 cm³ Weltmeister auf MV Agusta 1958-1959-1960 500 cm³ Weltmeister auf MV Agusta 1956-1958-1959-1960 38 Grand Prix Siege Aufnahme in die MotoGP Hall of Fame Artikel 5 25 26 35 26 28 29 27 27 29 28 28